Hallo liebe Leute, grüße zum Witz des Tages von dem Elit Clementa, heute der Frau Hartwitz. Moment, gehst du mal weiter. Und liebe Leute, grüße zum Witz des Tages, was jeden Tag, heute der Frau Hartwitz, und zwar ist er von Roman Argold, und ich soll von ihm den Herrn Reichert, Herrn Reichert, Zweihörner Reichert, und der Kunsthausen grüßen, und er hat mir den Witz über Facebook geschickt, heute auch, Moment, in den Schatten. Ähm, der Frau Hartwitz, da geht's so, ähm, kommt der Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich krieg meine Frau Hartwitz nicht mehr zurück, und dann sagt der Doktor, ja, sowas verleiht man auch nicht. Kommt ein Arzt, kommt der Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich krieg meine Frau Hartwitz nicht zurück, und dann sagt der Arzt, ja, sowas verleiht man auch nicht. Eine Erklärung, äh, 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 der Mann hat am Himmel so eine Vorheit, ähm, bei den Typen wird hier abgeschnitten, und manchmal, äh, klebt die und so, und dann kriegt man die nicht zurück, äh, und er sagt, er hat sie nicht zurückgekriegt, und, ähm, der Arzt meint, er hat die verliehen, und, und bekommt die jetzt nicht mehr zurück, ja, sowas verleiht man auch nicht, meint er dann. Okay, so kann man wieder abonnieren.